Herzlich Willkommen im Ristorante La Gondola im Herzen der Luzerner Altstadt bei der Familie Jolanda und Daniele Mariani. Seit dem Jahr 2003 führen wir den Betrieb. In unserem kleinen Familienunternehmen servieren wir ihnen italienische Spezialitäten. Wir legen großen Wert auf frische Produkte. Hausgemachte Teigwaren oder das beliebte Tiramisu sind nur einige Beispiele. Die täglich frisch gelieferten Fische und Meeresfrüchte sind bei unserer Kundschaft sehr beliebt. Für Familienanlässe oder kleine Betriebsfeiern befindet sich im zweiten Stock unser separates Sely, das für ca. 25 Personen Platz bietet. Bei schönem Wetter bedienen wir sie auf unserer Terrasse auf dem historischen Weinmarkt. Wir freuen uns auf sie im Ristorante La Gondola.